Um das Ganze etwas verständlicher zu machen, rechnen wir mal ein Beispiel durch. Maria hat 2021 eine Eigentumswohnung gekauft und 203.000 Euro als Kredit aufgenommen. Sie hat damals einen super Zinssatz von 1,05% bekommen und zahlt monatlich 600 Euro. Maria hat aber nur eine 10-jährige Zinsbindung vereinbart, die nun 2031 abläuft. Zu diesem Zeitpunkt wird sie eine Restschuld von 150.000 Euro haben. Nun hat sie im Januar 2023 einen Bausparer in Höhe von diesen 150.000 Euro abgeschlossen. Der gewünschte Auszahlungstermin fällt genau mit dem Ende ihrer Sollzinsbindung im Juni 2031 zusammen. Die Ansparphase beträgt genau acht Jahre und drei Monate. Der Bauspartarif sieht vor, dass sie einen Mindestanteil der Bausparsumme bis dahin selbst ansparen muss. Maria hat monatlich noch 500 Euro übrig, die sie in den Bausparvertrag stecken kann. Damit sie die Mindestsparsumme aufbringen kann, muss sie innerhalb der acht Jahre und drei Monate jedoch 34.000 Euro zusätzlich zu den monatlichen 500 Euro einzahlen. Dann kommt sie am Ende auf gut 82.300 Euro, die im Bausparvertrag stecken. Die Bausparkasse zahlt ihr aber trotzdem zum Juni 31, wenn der Vertrag zuteilungsreif ist, die kompletten 150.000 Euro aus, mit denen sie nun ihren Immobilienkredit tilgen kann. Damit ist das Ding nun komplett erledigt. Nach 2031 beginnt dann die Tilgungsphase des Bausparvertrags. Maria hat eine monatliche Rate von 600 Euro zur Rückzahlung vereinbart, die gleiche Rate wie davor für ihren Immobilienkredit. Damit bleibt die monatliche Belastung im Grunde gleich. Und jetzt kommt's. Der effektive Jahreszins zur Rückzahlung des Bausparvertrags beträgt 1,73%. Und zu diesem Zins zahlt sie nun die restlichen 67.700 Euro zurück, also das, was von den 150.000 Euro nach ihrer Ansparphase noch übrig geblieben ist. Und damit ist sie nach weiteren 10 Jahren und 2 Monaten fertig. Wie ist das bei euch? Würdet ihr eure Zinsbindung einfach abwarten und lasst euch überraschen? Oder würdet ihr euch lieber absichern? Schreibt's mal unten in die Kommentare. Wenn euch das Video hier geholfen und gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal für mehr solcher Videos. Ansonsten tschüss und bis zum nächsten Video. Ansonsten tschüss und bis zum nächsten Video.